... Musik ... Ich wurde vom Ordnungsamt der Stadt Wuppertal letzte Woche befragt, ob es mir recht wäre, wenn hier ein Blitzfall aufgestellt wird. Die blitzen zwar momentan relativ häufig mit ihrem Radarwagen, aber das ist dann immer zeitlich begrenzt auf drei Stunden. Weil ich aber hier wohne und die weißen Streifen auf der Straße sehr viel Krach mache, wenn die Fahrzeuge mit einer bestimmten Geschwindigkeit darüber fahren, fühle ich mich dadurch sehr belästigt, genauso wie alle anderen Nachbarn hier halt auch. Darüber hinaus gehen viele Kinder, unter anderem auch meine Tochter, hier mehrfach täglich über die Straße, wenn sie zur Schule gehen, wenn sie zu Freunden gehen oder einfach nur so zum Spielen. Und da ist es für mich deutlich sicherer, wenn die Fahrzeuge hier nur 30 fahren und nicht wie teilweise 60 oder 70 fahren. Wenn der Blitzfallwagen hier steht, werden in drei Stunden zwischen 130 und 180 Tempoverstöße gemessen und ich finde, das muss einfach nicht sein. Also ich bin kein großer Fan von der Situation mit der Nordbahntrasse, weil wir als Anwohner insgesamt sowieso darunter leiten. Der Krach, der Schmutz, unsere Parkplätze werden von den Nordbahntrassenbesuchern belegt, weil ich möchte zwar zwei Stunden spazieren gehen, aber der Weg zur Nordbahntrasse muss halt sehr kurz sein. Darüber hinaus ist dann eben halt der Fahrzeugverkehr bei dem Kreuzen mit der Nordbahntrasse auch das eine oder andere Mal schon sehr brenzlig gewesen, sodass dann eben halt nur durch starkes Bremsen ein Unfall verhindert werden konnte. Die Idee hier mit Krach Verkehrssicherheit herzustellen, finde ich heutzutage seltsam. Den Krach haben sie Tag und Nacht, rund um die Uhr und auf der Terrasse zu sitzen, macht kein Vergnügen mehr. Also stört Sie der Lärm, den diese Drempel oder diese Rüttelleisten verursachen? Der Blitzer an sich ist eine Idee, die keinen Lärm verursacht. Wird natürlich auch dazu führen, dass nachts beschleunigt wird, die Abbremsen beschleunigen. Ist aber weniger Lärm als dieses ständige Tock, 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 hören Sie zu, wenn einer mal kommt, dann sehen Sie es oder hören Sie es. Lärm als dieses ständige Tock, Tock. Lärm als dieses ständige Tock. Lärm als dieses ständige Tock. Tock. Lärm als dieses ständige Tock. Vielen Dank.